Einmal hier am Rücken legen. Kopf kommt bitte hier da in die Schale hinein. Genau die Beine. Super. Beine bitte ausgestreckt lagern und die Zehenspitzen leicht zueinander drehen. Genau so bitte halten. Die Arme bitte nach oben strecken. Genau ablegen. Perfekt. So bitte liegen bleiben. Und die Augen bitte schließen. Ich muss noch kurz was tasten. Augen können sie wieder aufmachen. Die Arme bitte auf die Brust legen. Perfekt. Beine innen rotiert lassen. Sehr gut. Und die Augen bitte schließen. Ich muss noch kurz tasten. So. Gut. Die Augen können sie wieder aufmachen. Hier am Rücken legen. Kopf kommt hier in die Schale hinein. Genau. Die Arme bitte nach hinten strecken. Hier ablegen. Perfekt. Und die Zehenspitzen leicht zueinander drehen. Sehr gut. Ich fixiere Ihnen das jetzt. Ein bisschen, damit sie stabil liegen können während der Untersuchung. So. 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 Vielen Dank.